Freundes eCommerce, mein Name ist Ali Okasi, ich bin Inhaber der E-Commerce Agentur eBakery. Ich bin heute zu Gast bei Afterbuy und wir sprechen über ein ganz neues Feature. Wir sprechen über den Afterbuy zu Shopware Connector und hier habe ich den Product Owner. Daniel. Hallo zusammen. Wir haben uns auch mal dazu entschieden, endlich mal ein Plugin zu schreiben oder schreiben zu lassen. Das ist in enger Zusammenarbeit mit einer von uns befreundeten Agentur. Wir testen es letztendlich, die Programmieren ist. Das Plugin ist letztendlich kostenlos und es erlaubt sich selbst zu entscheiden, was das bestandsführende System ist. Das heißt, man kann einmal sagen, Shopware soll das bestandsführende System bleiben und über Afterbuy nutzt man nur die Listermöglichkeiten. Das heißt, man erweitert letztendlich seine Marktplatzpräsenz zum Beispiel auf Ebay, auf Amazon, Real, Hood oder ähnliches. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, man sagt, dass Afterbuy das bestandsführende System ist und der Shopware-Shop dient tatsächlich wirklich nur als Shopware-Shop. Das heißt, sämtliche Sachen werden über Afterbuy bereitgestellt und auch verwaltet. Shopware ist einer der wichtigsten Shop-Systeme in der DACH-Region, muss man ganz klar so sagen. Sie machen einen sehr guten Job und jedes bekannte E-Commerce ERP-System hat eine Schnittstelle oder ist gerade dabei, eine Schnittstelle für Shopware zu programmieren. Ihr habt ja schon seit langem eine, also ihr jetzt nicht direkt, sondern ein Partner von euch, der ganz gut läuft und jetzt habt ihr euch entschieden, nochmal einen eigenen Hersteller-Connector rauszubringen zu Shopware, weil natürlich auch der ganze Support und die ganze Infrastruktur von Afterbuy natürlich das dann auch standhält, weil gerade bei Shopware ist es so, ich glaube, viele Afterbuy-Händler nutzen Shopware als Shop-System und das ist natürlich auch sehr supportaufwendig, so ein Connector. Ja, das ist richtig, genau. Also wie du gerade schon sagtest, sehr viele Afterbuy-Kunden haben auch einen Shop-Ware-Shop-Shop. Und bis dato hatten wir letztendlich das nicht, also wir konnten das nicht kontrollieren, was tatsächlich passiert an der Stelle. Also sprich, wenn ein Connector mal an einer Stelle nicht funktioniert hat, konnten wir nicht viel dagegen machen. Natürlich konnten wir den Partner informieren, aber das ist es letztendlich auch, weil es nicht unser eigener Programmcode ist. Dementsprechend waren auch Änderungen schwierig oder Anpassungen und jetzt das neue Plugin ist halt auch Open Source. Das heißt, jede Agentur oder jeder Händler, der entsprechende Kenntnisse hat, kann das Plugin auch individualisieren. Das heißt, auf seine Bedürfnisse anpassen, zusätzliche Sachen implementieren oder Ähnliches. Okay. Man kann sagen, das ist die Verkaufsabwicklung für Shopware und die Lagerverwaltung für Shopware. Weil ihr bietet ja auch Lager an, ihr bietet ja auch die ganze Fakture an und Statistik und sonst was, alles was, alles was halt Afterbuy bietet. Das hat man dann in Kombination mit Shopware. Das heißt, man kann ein sehr mächtiges Tool draus machen. Richtig, genau. Also wie gesagt, man kann Shopware auf zwei Wege nutzen. Also zum einen, was Shopware mit Sicherheit präferiert, das ist Shopware als bestandsführendes System und Afterbuy nur als Listingerweiterung. Das ist natürlich das, was wir nicht so präferieren. Klar, bei uns ist es interessanter, wenn Afterbuy das bestandsführende System ist. Einfach, damit man auch die anderen Funktionalitäten aus Afterbuy nutzen kann. Wie zum Beispiel unsere Statistik, das Bestellwesen, Lagerverwaltung oder ähnliches. Ja, definitiv. Und wie teuer ist dieser Connector? Der ist komplett kostenlos. Also wir haben uns auch bewusst dazu entschieden, diesen kostenlos bereitzustellen. Zum einen macht es die Konkurrenz natürlich vor. Das muss man dazu sagen. Und zum anderen sehen wir das auch irgendwo als Service. Also letztendlich, man muss halt die Schnittstellen innerhalb von Afterbuy bezahlen. Aber dann sollte man nicht auch noch für diesen Connector zusätzlich bezahlen sollen. Das ist unser Hintergedanke dabei. 14 Tage könnt ihr Afterbuy kostenlos testen. Das heißt, ihr könnt Afterbuy testen. Ihr könnt den Connector zu Shopware testen über so ein Dev-System oder sowas. Man kann sich einfach mal vertraut machen. Und ihr verlängert das dann auch. Wenn der Händler wirklich nur testet und das produktiv nicht im Einsatz hat, kann man es ein bisschen verlängern. Um das Ganze dann auch nochmal zu überprüfen. Weil natürlich auch so ein Shop-System sehr komplex ist. Zum Beispiel gehen wir mal auf die On-Page-SEO-Sachen ein. Metadaten, allem drum und dran, Attributfelder und so weiter. Wenn wir alles ausgiebig testen. Deshalb einfach mal über die Links testen. Und falls ihr dann irgendwie Schwierigkeiten habt oder so im ganzen Prozess, könnt ihr euch an Afterbuy wenden. Und wenn ihr beim Webdesign oder sonst wo noch Unterstützung braucht. Wir sind eine Agentur. Es gibt noch weitere Agenturen. Und einfach kontaktieren. Bis dahin. Euer Ali. Bis dahin. Bis dahin. Lorraine. Los. Untertitelung des ZDF für funk, 2017